Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Nintendo und wir spielen heute mit Toastie und Marelle Badwurst. Bye! Wir machen immer noch eine Wartenpause, Leute. Marelle, worüber redest du denn? Erklär uns, was hat eine Wartenpause? Also, heute solltet ihr eigentlich der Dead Ender-Merch rauskommen, ne? Wie ist Dead Ender-Man? Was ist Dead Ender-Man? Ja, erklär uns erstmal, was ist Dead Ender-Man? Für die Leute, die Dead Ender-Man nicht kennen wollten. Dead Ender-Man ist eine Endes-Tunde-Band. Erstmal für die Leute, die Dead Ender-Man nicht kennen, ich rede mal kurz erst mal reines Herzen. Schämt euch! Richtig? Ja, das ist halt so eine Band, das ist die Band von Tuddle und Ali. Und der dritte ist der und die... Aua! Nein, Leute! Nein, Leute, das ist eine Cyber-Rap-Band. Äh, Tuddle, Adi und Marley und die machen ganz grün. Den dritten kenne ich immer noch nicht und sie interessieren mich auch nicht für den. Aua! Auch die Runde kann lange dauern, glaub ich. Ne, ich geb die First Rush. Okay, oder so. Ne, die haben das mit eingebaut, ich hab mal wieder keinen Spitzhack dabei. So ist die Style immer geil. Ja, ja, ja. Haben wir überhaupt unser mit eingebaut? Ne. Ne. Aber jetzt. Ich würd uns First Rush holen. Deiner hat's verkackt, aber ich geb auch die First Rush hin. Toysi hat seinen First Rush verkackt, jetzt kann ich uns auch gleich einen machen. Ist der First Rush? Ja, ich hab grade meinen Stick weggeworfen. Nein. Du hast sag' ich nur, ne? Du hast sag' ich nur, ne? So, immer, jetzt, jetzt hab' ich keine Spitzhack, äh, jetzt hab' ich keines Deck, aber ne Spitzhacke. Und ich hab' das Bett aufgebaut. Das war toll, als ob. Das hab' ich eigentlich zu diesem Spiel beigetragen. Nichts. Auch nicht. Mareide, was trägt's überhaupt in deinem Lieben bei? Mein Dasein, mein Lachen, mein Hässlichkeit. Ja, okay. Stimmt schon. Ja, im Real Life mit von Mareide. Nur noch der letzte, jetzt ist dieser, ja, das ist der Schwitzer, der schwitzt dort in einer Ecke. Wo ist der? Ne, der ist hier oben. Schwitzer, was ist Schwitzer? Ne, der war grad auf der Leine und ich hab' ihn. Hast du ihn? Nein. Hast du nicht? Ich muss schnell den Kiel abgestauben. Haben wir auch grad so gedacht. Ami. Ja. Okay, ihr beide habt Kiel zwei Tage nicht das Wett. So würde ich sagen, hängen wir noch ne zweite Runde hinter dem dran. Hallo, willkommen ins Kunde Nummer 2. Ey. Geht mal auf Levit. Oh man, ich wollte Moon. Boah. Das war wieder verkackt. Jetzt kommt Mareide mit ihren Bauarten. Passbridge. Mit Passbridge. Hör mal Mareide. Und? No, no shift. No shift kann ich auch. Die haben auf Kamera, wie du gestorben bist. Ja, ich kann mich nicht empüßen. Kann das sein, dass ich alle probleme? Dankeschön. Ihr seid noch da, oder? Ja. Gut. Ich dachte grad nicht. Der Stecks. Oh mein Gott. Hä? Scheiße. Lecks. Aber wie ich es einfach die ganze Zeit überlebe. Ich glaub der Decks auch. Ich hab Lecks. Oben kommen zwei. Oh mein Gott. Den einen hab ich. Nice. Der andere Stecks. Verkackt aber dabei. Ja, hab ich mir auch schon. Und diese Lecks. Der Mann. Naja. Das war noch nicht so schlecht wie Mareide. Er hat mich einmal gehittet, Leute. Er hat ein Schwer. Bitch. Oh Gott. Ich verkacke. Ja. Er hat Hacks. Der Rainbow-Typ. Der hat auf einmal einfach nur einen Knockback drin gehabt. Manchmal leckt aber auch Kyro. Ja, das war aber nicht Kyro-Lack. Ich kenn Kyro-Lacks. Heiler. Von unten. Von unten. Von unten. Und oben. Alter. Ja, der Rainbow-Typ, Alter. Hab ihn. Oh mein Gott. Da oben war auch noch einer. Oh lol, Alter. Ja. Ja, ich ballerfläche gerade alle. Komm, 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 komm. Geh, dass du jetzt haltest dich von denen? Ja, komm, 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 ruhig, komm, komm. Oh mein Gott, Junge. So bekomme ich das hin? Mann! Das wird von denen offen. Weißt du nicht. Man kann so richtig easy durch. Ich werde die alle sich auslenken lassen. Ja, ich bin da von denen. Nein, wir hätten diese Runde, die sind eigentlich mega schlecht. Ja, wir sind doch wirklich nicht. Wir sind aber auch gerade richtig schlecht. Kann ich vielleicht daran, dass ich nicht schwitzen kann, wegen den scheiß Sekunden-Lacks. Sekunden-Lacks. Sekunden-Lacks, Sekunden-Lacks. Ja, habe ich schon erzählt, ich habe Sekunden. Ich kann nicht die Maus, du weißt, wie du das abpackt, oder? Bei dieser Maus, ne? Übrigens, Mad Cat Red 6. Bandland zu schauen. Hast du aber, du kannst damit nicht Maus abüßen? Was hast du denn gesoffen? Was hast du denn gesoffen? Manchmal. Sorry, dass ich mir jeden Tag nach dem Stuhlgang die Hände wasche, okay? Ah, das ist neidisch aus. Auf jeden Fall, ich kann es auch mit neu gewaschen in den Händen und... Ohhhh! 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 Ist auch einer hier? 6 Sekunden. 6 Sekunden. 6 Sekunden. Mann, ich stehe jetzt einfach nur auf der Aufgabe. Ich kann auch vertreten, wenn man die wegkriegt. Ich kann absolut nicht weiterkriegen, bitte. Ne, nur mein Verflasch. Ne, anders kannst du die nicht wegkommen. So. Jetzt, jetzt bekomme ich die. Jetzt bekomme ich die. Jetzt bekomme ich die. Ich schwöre, Junge. Junge, mein Finger! Ist da gerade Mehl dran oder was? Genauso original, so flüssig an. Wie Mehl. Das ist auch was dabei. Jetzt bin ich so mit Schminkenpuder drauf, Alter. Okay, John, zusammen. Das ist halt nicht so viel schminken, ne? Okay. Ich schmink mich nicht. Äh, Mareile geht's auf den vorderen, einer geht, jeder muss auf einen gehen. Nein, ich gehe unten, nein, ich gehe unten. Ich gehe unten. Okay, ich versuche die beiden zu hitten. Was? Warte, noch nicht, ich komme gleich. Warte, bin gleich. Hab ich wett. Hab ich wett. Ich hab auch was gemacht. Ich bin nicht okay. Nein, ist Mareile. Ich hab den einen noch gehittet. Tag Team, Alter. Tag Team. Tag Team, Alter. Tag Team. Richtig nice, Alter. Ich hab einen. Okay, ich bin wieder down, aber ich hab einen. Der geht unten lang. Hol ihn mir, ich hol ihn mir. Run turn around. Oh shit, das machst du ja du. Boah, Junge, dieses kleine Tag Team. Tag Team, man. Warte, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Ich bin den Toten. Toten? Ja, dann erst mal durch. Mach mich den Toten. Mach mich den Toten. Mach mich den Toten. Mach mich den Toten. Nein, wieso hat er da Blöcke gesetzt? Okay, ist selber gestorben. Okay. Das war's mit der Folge. Ja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut euch vielmals auf meine Tausend und macht beide vorbei. Die sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh man. Bis dahinten. Tschüssi. 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 ChNET.